Wir sind hier an der Unionstraße Konrad-Adenauer-Ring und viele fragen sich ja, hier gibt es einen Straßenarm, der im Nichts endet. Und wir haben heute gute Nachrichten. Wir haben die Möglichkeit, das Grundstück zu erwerben, was mit dazu beiträgt, dass wir den Lückenschluss vollenden können. Nämlich die Südtangente aus der Stadt Richtung B55 und mit dazu beitragen, dass der Durchgangsverkehr aus der Innenstadt ferngehalten wird und dass viele innerstädtische Straßen auch entlastet werden. Und zusätzlich haben wir auf dieser Fläche, auf dieser Potenzialfläche die Möglichkeit, Gewerbe, Handel, vielleicht auch die Feuerwehr anzusiedeln. Und freuen uns, dass wir nach vielen, vielen Jahren, wo wir um dieses Grundstück, um das Union-Gelände gerungen haben, heute eine Lösung gefunden haben. Ein guter Tag für Lippstadt.